bananen guten tag und seid herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar zum fünften türchen meines adventskalenders und zwar ist dieses türchen hier und heute sind wir im letzten jahr auf linz gekommen und linz ist die drittgrößte österreichs und ja die größte ist wien und die zweitgrößte schließlich graz und ja wien ist die hauptsache österreichs das heißt willkommen auf österreich hey ich hätte auch einfach sagen können dass linz in österreich liegt aber das wäre ja viel zu kurz gewesen also österreich ist das nächste ukrainien nächsten komm wir schon ein bisschen weiter also morgen am 6 dezember im nikolaustag kommen ein bisschen weiter als normal aber ihr könnt bereits überlegen was da vielleicht stattfindet aber tschüss